Was ist denn hier das Fass, Alter? Jeder wird dich dafür hassen, wenn ich ein Video draußen mache. Ich glaube da nicht hinter dieser Box springen, Alter. Ich hab nur deinen Kopf gesehen. Ich auch da hinten. Oh, ich hab's doch gewusst, aber ich bin irgendwo hängen geblieben. Oh. Alter, was war das? Verhübungsgranate. Tatsache. Ich war doch schon im Container, Alter. Bei mir ist das jetzt nicht. Ich war wahrscheinlich noch nicht. Aber du weißt immer wie es ist bei den COTs. Bist du immer schon durch die Tür und kriegst immer noch einen Hit. Naja, das ist ganz klassisch. Aber in der Wiederholung hab ich ja gesehen, dass ich meine halbe Fratze da noch... Draus geguckt. Ja. Das ist nicht das Fass, Alter. Das ist doch nicht das Fass, Junge. Das ist doch Container. Boah. Der Idiot kann sich seine dummen Sprünge sparen. Feind am Fass. Ich glaube ich war am Fass, als du mich das erste Mal gesehen hast. Oh, fuck. Aber da wird schnell losgerannt. Ach so? Boah. Boah. Das war... Boah. Das war die Revanche von meiner Halbfresser. Ja. Dann war ich halt auch schon wieder voll im Container drin. Oh. Ey, verbotene Waffen, Alter. Mit seinem scheiß Bedäubungsmüll. Nein. Nein. Alter, hört aber auf mit diesem scheiß Bedäubungsmüll. Das zählt nicht. Das zählt. Das ist Müll. Jeder wird dich dafür hassen. Wenn ich ein Video draus mache. Wir alle hassen Ducky. Nenn ich's. Oh, ich kann nicht mehr. Scheiße. Ich hab schon... Warte. Oh. Ich hatte Angst, dass ich umgedreht habe. Wann. Immer wenn du mich killst, heißt das. Idiot. Schmeiß die Dinger weg. Ich meine, behalte sie lieber. Ich schmeiß sie jetzt weg. Danke für den Tipp. Nein. Nein. Krieg mich nicht. Boah. Schneller. Nein. Aua. Nein. Oh, nein. 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 Ich geh fest. Nein. Ich geh fest. Ich geh noch nicht von wo. Ah. Ah. Oh, fuck you. Nein. Nein. Alter. Oh, immer wenn ich dich sehe, sind das spät. Was führst du? Nein. Das kann ich ja nicht zulassen. Ach so. Kann doch nicht sein. Eben. Gibt's doch gar nicht. Oh nein. Boah. Sicherer Kill eigentlich. nicht. Hast du Glück gehabt. Ich wollte dich gerade in Stücke reißen. Oh nein. Ich hab gesehen. Nein. Das ist eine scheiß Granate. Ja. Ja. Mit der gleichen Waffe, äh, Taste mit der du eine normale Granate schmeißt. Echt? Mh. Mit der mittlere Maustaste raus. Hat euch mir noch nie funktioniert? Hä? Oh, ho, ho, ho. Das war doch nicht den kleinsten Schlitz der Welt, oder? In Arsch, aber hast du mich geschossen. Ja. Das zählt nicht. Nein. Ja, macht mich natürlich lang. Nein, ich zieh vorbei, Alter. Ist das ein Kack. Ach, ne. Was hat der so gedacht? Ja, hab ich mir erst wieder gedacht. Also, ich hätte mich nicht gesehen in der Situation. Ich hätte auch Klappe. Hä? Nein, beim Ton. Wieso spiel ich eigentlich nicht Igor? Weiß ich nicht. Krass, nicht. Hä? Wo warst du? Ach, du. Okay. Oh, scheiße. Da sollte man vielleicht nach oben kommen. Ich bin wie eine Schlange, Junge. Oder Spinne. Ich bin überall. Ich glaube, ich spinne. Oh, ich zieh vorbei. Jetzt. Fuck. Ne, ich will. Das ist schon wieder. Das rutscht. Das Battlefield rutschen. Oh. Mist. Alter. Das war quick. Würde ich sagen. Nicht schlecht. Er sagt ja nichts mehr Feind am Fass oder so. Wahrscheinlich die Schnauze voll. Ne, das ist auch nicht mein Freundchen. Nein. Aber so. Das spiel ich jetzt mal richtig an. Okay. Ich auch. Nein, schieß da. Nein. Was war denn das? Alter, du hast wieder bloß einen Hitmacher gekriegt. Ich könnte kotzen. Reicht ja auch. Ich hab dich noch gesehen. Scheiße. Wo warst du? Ich hab nicht mal deinen Kopf gesehen. Aber hab ihn echt getroffen. Schlimm, oder? Das war eigentlich komplett vorbei geschossen. Ja eben. Keine Ahnung, warum das ein Kill war. Naja, aber okay. Dafür stirbst du dreimal. Für diesen hinterhältigen Tod. Dreimal. Bevor du den nächsten Abschuss machen kannst. Scheiße. Das war einfach nur ein Flick des Todes. Nein. Zwei. Es sollte nicht umgedreht sein, Alter. Ich wollte drei Kills machen, bevor du da mal einen machen darfst. Okay. Mann. Ui. Da muss ich aber fairerweise sagen, ich hätte dich dort erwartet und war schon im Scope. Nein. Mensch, ja. Was war das? Ich dachte, ich bleib stehen und guck, wo er ist, wo sich was bewegt. Dann hab ich's bewegen sehen, Tod. Ich dachte, du hast mich vorher schon mal gesehen, weil du hast genau in meine Richtung geguckt. Oh. 37 Sekunden. Ich muss jetzt auf jeden Fall den nächsten Kill machen. Dann muss ich wegrennen. Warum? Weil du führst mit allen Punkten. Ach man, geh doch weiter einfach. Und geh nicht zurück. Fuck. Ey. Wie geht's jetzt? Danke. Das erste Mal in meinem Leben. Echt? Na ja, weiß ich nicht, ob es das erste Mal ist, aber es ist selten. Leider mal, wo ich so besoffen war. Selbst da hast du mich, glaub ich, fertig gemacht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht.